Bei den 23 Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Erstmals durften Profispieler an diesen Spielen teilnehmen. Voraussetzung war aber, dass keiner dieser Spieler bei einer vorherigen Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hatte. Eine Ausnahmeregelung galt für Afrika und Asien. Erstmals in der Geschichte des Olympischen Fußballturniers fanden keine Spiele im eigentlichen Olympiastadion in Los Angeles statt, sondern im Harvard-Stadion in Cambridge, im Navy Marine Corps Memorial Stadium in Annapolis, im Stanford-Stadion in Palo Alto und im Rose Bowl-Stadion in Pasadena. Mit dem Titelgewinn Frankreichs wurde erstmals seit 1948 wieder eine westeuropäische Mannschaft Olympiasieger und mit Brasilien konnte seit 1928 wieder eine südamerikanische Mannschaft das Finale erreichen. Es war zudem das erste und bisher einzige Mal, dass ein Land in einem Jahr Europameister und Olympiasieger wurde. Die über 1,4 Millionen Zuschauer bei den 32 Spielen bedeuteten bis zum Turnier 2012 in London Rekord bei einem olympischen Fußballturnier. Das Turnier gilt auch als internationale Geburtsstunde der La Ola, zwei Jahre vor der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Qualifikation In Europa gab es viel Qualifikationsgruppen. Die Sieger der Qualifikationsgruppen 1 bis 3 qualifizierten sich direkt für die olympischen Spiele. Die sechs Mannschaften wurden zunächst in zwei Untergruppen eingeteilt. Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspielen die Teilnehmer. Es qualifizierten sich die Sowjetunion, die DDR, Jugoslawien und Frankreich. Hinzu kam der Titelverteidiger Tschechoslowakei. Aufgrund des Olympiaboykottes der Ostblockstaaten verzichteten die DDR, die CSSR und die UDSSR auf eine Teilnahme. An ihrer Stelle wurden die nicht qualifizierten Mannschaften der BRD, Norwegens und Italiens eingeladen. In Südamerika wurden zunächst zwei Gruppen mit je drei Mannschaften ausgespielt. Die beiden Gruppenbesten zogen in die letzte Gruppe ein. Wo sich wiederum die beiden besten Mannschaften qualifizierten, Teilnehmer waren, Brasilien und Chile. Argentinien zog seine Mannschaft noch vor Beginn der Qualifikation zurück. In Nordamerika wurden zunächst in drei Runden die drei besten Mannschaften ermittelt. Die in einer Gruppe in Hin- und Rückspielen die beiden Teilnehmer ermittelten, es qualifizierten sich Kanada und Costa Rica. Die gesamte afrikanische Qualifikation wurde im Pokalmodus ausgetragen. Hierbei konnten sich Ägypten, Marokko und Kamerun durchsetzen. In Asien gab es zunächst fünf Qualifikationsgruppen. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Endturnier in Singapur. Dort wurde in zwei Gruppen A5-Mannschaften gespielt. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die Olympischen Spiele. Die beiden Gruppenzweiten trugen ein Playoff-Spiel aus. Es qualifizierten sich Katar und Saudi-Arabien als Gruppensieger. Der Irak besiegte Südkorea mit 1 zu 0 und qualifizierte sich ebenfalls für das Endturnier in den USA. Westdeutscher Kader Erich Rebeck Gruppenphase Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Die Olympia-Auswahl des DFB konnte sich aufgrund des Olympia-Boykottes der Ostblockstaaten qualifizieren. Der von Erich Rebeck trainierten Mannschaft gehörten Spieler wie Andreas Brehme, Uwe Rahn, Bernd Franke, Guido Buchwald, Rudi Bommer, Frank Mill, Dieter Bast, Dieter Schatzschneider, Bernd Wehmeyer und Peter Lux an. Beim ersten Spiel gegen Marokko konnte ein Sieg durch Tore von Rahn und Brehme erzielt werden. Das Spiel gegen Brasilien verlor man mit 1 zu 0 durch ein Tor von Augilma Oliveira. Beim 6 zu 0 Kanter-Sieg gegen Saudi-Arabien trafen Schreier, Bommer, Rahn und Mill. Gruppe 4 Gastgeber USA schied aufgrund eines weniger geschossenen Tores gegenüber den Ägyptern aus. Im letzten Spiel gingen die USA in der siebte Minute in Führung. Ema Zollemang konnte aber den Ausgleich für die Ägypter erzielen, die sich damit für das Viertelfinale qualifizieren. Viertelfinale Das Viertelfinalspiel verlor Deutschland deutlich gegen Jugoslawien mit 2 zu 5. Cevetkovic, Radanovic und Grakan trafen für Jugoslawien und Bommer und Rahn für Deutschland. Halbfinale Spiel um Bronze Finale Medaillenränge Beste Torschützen Dach